Herzlich Willkommen zurück zu Anno 2205. Ja, wir sind immer noch in der Arktis. Das Sektor-Projekt, also der Abschnitt, ist jetzt abgeschlossen. Wollen wir mal gucken, was will er jetzt von uns? Irgendein Kern-Upgrade. Na? Komisch, normal geht über die Tab-Taste unser Schiff anzuvisieren, wollte ich gerade sagen. Dass wir das auswählen können, aber irgendwie wollte er es gerade nicht. Naja. So in der Nacht sieht das auch gar nicht so übel aus. Hat schon was. So. Äh, wo haben wir es? Hier unten. Dann haben wir das nämlich auch fertig hier. Können wir eigentlich mal eben. Aha. Das ist ja sehr interessant. Anno erkennt meine Tastatur gerade nicht. Ich muss da mal eben gleich einmal ganz schnell gucken. Äh, bin ich auch schon wieder? Ja. Ich weiß nicht, was das war. Jetzt funktioniert alles wieder. Merkwürdig. Naja. Hat Anno einfach mal ganz kurzzeitig, ja, gemockt. So. Wir brauchen jetzt immer noch Stimulantien. Das ist ein ganz, ganz großes Problem. Zwei Replikatoren. Das ist eher das kleinere Problem, denke ich. Die Replikatoren dürften eigentlich genügend vorhanden sein. Ja, sag ich ja. Besser hören wir mal so auf zehn. Dann haben wir fünf. Ähm. Wir stocken jetzt hier nochmal einmal ein bisschen auf. Ach, Konservenahrung haben wir jetzt auch schon wieder nicht mehr. Na gut. Ich würde mal sagen, da können wir gleich ein bisschen mehr aufstocken. Ah, ja. So. Ja, Konserven. Hm. Wir haben auch nichts, was wir irgendwie so richtig als Überschuss haben, ne? Das Einzige wäre vielleicht ja... Ein Bio-Kessel. Aber dann würde ich eher sagen, die komplette Produktion erhöhen. Haben wir irgendwo Bio-Katalyst vielleicht einfach über? Ähm. Ah ja. Das Sektor-Projekt haben wir auch nur noch zwei Stück und die sind auf dem Mond. Sehr schön. So, Bio-Katalyst. Boah, haben wir sogar noch. Das ist ja herrlich. Dann werden wir doch einfach mal... Elf Stück werden wir uns hier mal rüberholen. Dann nicht unbedingt auf die Fischerhütte. Da kostet das vier. Wo haben wir denn hier... Wo haben wir denn hier... Da. Ja, kostet sieben, aber bringt, denke ich, mehr, als wenn wir da irgendwie... Auf die Fischerhütte gehen. Was hätte uns denn das bei der Fischerhütte überhaupt gebracht? Einfach mal eben schnell gucken. Das kostet ja jetzt nichts. Äh, machen wir mal hier. Da haben wir ein. Siebzehn. Dann bauen wir uns jetzt mal hier so einen kompletten... ...Dings aus. Da haben wir elf. Ah ja, Ertrag 14. Ja. Und da sind wir bei elf. Was hatten wir davor? Habe ich jetzt ganz vergessen. Ha! Ähm. MM? Ah ja. Also das ist vollkommen egal, wie rum man das macht. Äh, kommt auf selbe hinaus. Ist ja auch schön zu wissen. Obwohl, nee. Eigentlich hier wollte ich jetzt nicht aufstocken. Äh. Hier haben wir. Huch. Dann machen wir mal hier noch ein paar Häuschen. Pardon. So. Das hätten wir ja. Jetzt brauchen wir auf jeden Fall Stimulantien. 33. Das ist ein bisschen, joa. Ag wenig, würde ich sagen. Ähm. Das wären wir mal... Ja. Nehmen wir mal drei runter. So. Wo produzieren wir Stimulantien? Ich weiß das echt nicht mehr. Das ist hier ein Kuddelmuddel, wollte ich gerade sagen. Ähm. Machen wir ganz einfach hier. Zack. Stimulantien. Ja. Da haben wir gar keine. Ich vermute mal, das war der IQ-Mark der Schauer. Ich bin mir echt gerade nicht hundertprozentig sicher. Ja, doch. Sieht aber ganz danach aus. Im schlimmsten Fall holen wir uns die Korallen einfach, ähm, per Route her. Oh, und hier haben wir überall schon die Kessel dran. Ähm. Hier haben wir auch Kessel überall dran. Ne, außer hier. Wie viel haben wir hier? Gar nicht. Sehr schön. Dann werden wir das mal eben hier gepflegt erhöhen. Weil wir müssen einfach erhöhen hier. Äh. Die blöden Konservenfabriken, die sind auch voll im Weg hier eigentlich. Egal. So. Nächste Insel. Vielleicht sollten wir eigentlich nicht auf die Korallen einfach mal gucken. Was kam das jetzt? Nächste Insel. Kostet Drei. Gleich mal gucken, was uns die Produktion kostet. Wenn wir die erhöhen würden. Neun. Ja, das ist ja, das ist ja jetzt ärgerlich. Passt gar nicht. Das ist doch blöd. Ähm. Ähm. So. Das ist okay. Ah, Mist. Ist der Berg im Weg. Der ist ja komplett im Weg hier. Okay. So, da haben wir 30. Da brauchen wir aber noch ein paar mehr, ey. Da werden wir, glaube ich, nicht mit auskommen. Na ja, gerade könnten wir eigentlich auch bauen, oder? So, das sind 38, die wir jetzt haben. Jetzt brauchen wir aber noch Korallen ohne Ende. Da haben wir überall auch schon Kessel dran. Wenn wir Korallen nicht genug kriegen, dann müssten wir vielleicht... Ah ja, doch. Hier können wir noch. Aber im Großen und Ganzen... Das bringt uns auch immer nur 6. Das lohnt sich vielleicht gar nicht, denn wenn wir hier einen heransetzen, der kostet 9, erhöht aber die Produktion direkt um das Doppelte. Was bringt uns das? Ja, vielleicht sollten wir auch gucken, was wir vorher haben. Bringt uns 8. Ja, ein bisschen günstiger ist es, aber... Können wir aber eigentlich auch nur jeden zweiten setzen. Dann schalten wir die Beine mal ab. Dann sind wir plus, minus 0. Ist ja auch nicht ganz so wild, aber wir haben ja 38 jetzt definitiv im Plus. Dann setzen wir hier vielleicht noch einen Kessel rauf. Ja. Das bringt uns im Endeffekt ein bisschen mehr. Dann erhöhen wir jetzt nochmal die Route. Nein, nicht die. Die auch nicht. Warum eigentlich von den Aki ja schollen. Das ist doch schon wieder Käse von zwei Inseln. Das ist doch wieder richtig Käse. Deswegen haben wir nämlich auch von hier keine Route dahin. Ich habe mich gerade schon gewundert. Machen wir 45. Das ist doch noch ein bisschen mehr. 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 Vielen Dank.